Naja, nice try, he? Ich hab Jaden ins Arschloch geschossen, der blutet jetzt Ey, hallo, Mann Er hat immer für ein tote Mütchen Lügen nicht angeschaut Nice try Ey Ey Oh ja, ich will auch snipen Das gefällt mir immer am besten Aber das ist gar keine Ich bin da eh zu schlecht für Ich bin wieder Detective Ich will nicht schon wieder an Jaden sterben Ich sterb wieder lieber an Fallschaden als an Jaden Ich will nicht mehr Dann ey Ich glaub es ist Fabio Hä, was? Du warst doch gerade safe im Tradershop Aber lass Fabio doch mal eine Minute leben Lass ihn eine Minute leben Fick dich Felix, ganz ehrlich Alter, meine FPS Jetzt hab ich grad 30 FPS nur Ich hab auch grad nur wenig FPS Ich hab 120 Ehrenlos Warum erschießt ihr euch immer? Ich hab 14 AP noch Oben auf dem Torn gab's Also wenn ihr euch die ganze Zeit erschießt Dann kann ich auch die Round Time auf eine Minute stellen Dann habt ihr euren Spaß Ja Oh hier liegt Finn Oh hier liegt's Jan Okay Fabio? Nicht hochgehen, nicht hochgehen Ja ich Ich glaub es ist Fabio Ja, schieß mit der Jo, wieso Du hast einen viel besseren Weg Ach komm, wieso treffe ich nicht Ich muss da rüber, ich muss da rüber Hat gerade einer auf dich geschossen? Ähm, da unten ist der undidentifizierte Leiche und ja nicht identifiziert Gibt Sinn Danny, was soll das? Was schießt ihr auf? Ne, in der Höhle, neben der Höhle ist jemand Lass mal Danny identifizieren gehen Danny? Was ist das? Und auf uns geschaut Werf? Von wo? Keine Ahnung, von wo? Von wo? Verdient Verdient Bei deinem Haul-Täger Ich hab Sorry Kugusses Fabio Okay Ich lass mal Danny Keiner ist, dass wir Ja, lass mal alle Leichen identifizieren Ich hab halt nicht mehr so viel Danny Ich kann auch vergleichen dabei sein Guck mal das ist zum Beispiel Ich könnte eine Fake-Gleiche sein Vielleicht Wo bist du überhaupt? Ich bin noch nicht Ich hab Hugo grad auch gewonnen Habt Okay, nicht gewonnen Alter Felix Vertrau dir nicht Du bist so ein fucking Oh Ja, gut, ne Auf geht's Adrian, auf geht's Ich hab die scheiß Traitor getötet Und konfirmt Wie hast du mich gesehen? Wie hast du mich gesehen? Wie hast du mich gesehen? Du hattest grad so diese 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 ich bin Felix und Lüge Stimme Hat die nicht Was das denn ich Echt? Fällst du das auch auf? Er hat so ne... Felix hat so ne Lüge Stimme Was? Aber grad hat er jemand gelogen Er hat dazu gesagt Ja, vielleicht hab ich auch extra eine Lüge Stimme aktiviert Ja, ich kann mich nicht bewege, ich bin stuck Felix ist einfach gut Jan, kommen wir zwei snipen von hier oben, okay? Okay Wenn einer von uns traiter wird, dann benutzen wir das nur um unten ne Marianne reinzulegen Damit niemand helfen wird Ja, okay, aber wir töten uns nicht gegenseitig Ich bin ne menschliche Blockade Okay, Hugo muss halt sterben Nein, ich bin ne menschliche Blockade Dann geh runter Dann geh runter Hugo, zwei Eins Null Ich bin eh nur Aber du kannst dein Leid beenden Bin geh weg Wollen wir Jan, wollen wir random auf Menschen schießen? Ich will meine Snapper-Fähigkeiten üben Ja, fangen wir an Ja, siehst da Leute Ja, hier ist es zwar in Ordnung Okay Also ich bin detective, oder? Konfirm hat wenig Okay, hier unten ist wer drin Ja, dezent mal zwei in die Traitor rauben laufen Danny, 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 Danny ist es, Danny ist es Hä? Gar nicht Lüge Ja, und bist du ein Traitor? Ja, und du bist ein Traitor? Ja, und du bist ein Traitor rauben gelaufen Ich glaube, es war ju geholt Ich hab ihn geholt Ich hab ihn geholt Ich hab ihn geholt Ich glaub im Traitor rauben detektiv kann es sein ich habe ihn verfolgt an ihn dann gekeilt die map geht ihnen noch zweieinhalb minuten also eine runde ja gut dann das noch zwei minuten es gibt keinen sinn jetzt denny jetzt habe ich den wiederbelebt jetzt lief ja das sind halt einfach pisse alles zu siebt geht es auch noch aber in drei treten wird schwer zu sehen jungs ich habe gerade einen wiederbelebt er ist einfach gelieft wir sind sieben drei vier fünf sechs sieben aber ich weiß nicht also bei sieben leuten drei treter das sind aber zwei bei sieben ist natürlich auch heftig als geisel ja und erst mich jetzt hier raus als schweiler macht es die türe auf und dann gehe ich aber die trade hätte eine chance hätten wir ach es war das einfach ja stimmt wir müssten eigentlich acht sein acht wäre perfekt das ist auch robin der keine ahnung hat wo der trader raum ist ich weiß auch nicht wo ich bin also selbst wenn ich versuche auf innocence zu snipen ich sterbe einfach bevor ich irgendeinen schuss abgeben kann das ist voll ehrenlos dass sie einfach gelieft sind wie behindert finn aussieht wenn er schießt schießt nochmal guck mal wie der kopf sich bewegt finn schießt mal guck mal auf den kopf so richtig gammelig geister abwesenden mit der pistole ok felix ich töte ihn jetzt wo felix wo willst du hin ich will dich töten hey no lass mich hoch hey leute ich glaube ich glaube peter und felix warum nein weil die beiden zu zweit chillen und gerade irgendwann der marianne gestorben ist naja au was robin ich habe ich habe ja haha ja rechte alle wer schießt da ja fucking jan alter wieso stehe ich in der luft warum schieb ich in der luft hey na ja 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 ist die ganze an diesen scheiß camperspots alter ich habe nicht mehr was gemacht ich soll nicht nein soll ich war diese map wo es keine waffen kann ja die war übel trash bitte nicht sony ich sage ja nicht auf mich und äh und und wirft marianne und ich werde an der marianne sterben und ich so ich glaube felix und finn ist es oh heaven okay okay lass alle was anderes nehmen wir schauen was es wird haha ich denke auch was für ägypten keine ahnung was es für eine map los jungs auf nach kairo ja hallo kairo ist in spanien halt die fresse oh der scheiße holy scheiß hast du gar nicht in meinem zimmer wird es sehr kalt ich sage doch scheiß oh ja wir können hieroglyphen entziffern und oh ja und und mumien vergewaltigen war das nicht die map von peter war das nicht die map wo ne die hatten wir noch nicht echt nicht oh war es nicht die map wo ja ne es war doch die andere map na aber ich dachte da wo peter reiseführer gemacht hat ne ne das war atlantis aber ich kann euch gerne auch durchs alte ägypten führen also ich würde mich da bereit erklären als reiseführer das warst du alle umgebracht ja aber es war lustig also ähm versammelt euch bitte am eingang bitte holst das auswählen tastenkürzel nummer 6 hä 6 bei mir ist das nummer 7 ja dann seid ihr traitor ganz klar so darf man rauchen ja rauchen ist okay doch stimmt hier ist eh schon alles trocken so so also ihr dürft euch einmal hier den pillar anschauen da stehen alte glyphen bitte betrachte die näher so man kann es übersetzen also man muss es von oben nach unten übersetzen also da ganz oben steht alau und dann unten akbar kommt alle näher wenn ich lesen kann ja 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 alau die kann kaputt gehen ja das ist ne traitor falle ich wusste es gar nicht ich sag's doch kommt alle näher wenn sie lesen können ja oder kann man rein und unten ist dann nichts ja nein also also spaß ähm komm ich mach jetzt ne richtige tour ne man oh ich hab ey guck mal mein carman hab ich ne verletzt ey warum so okay ja ich hab ja die traitor kollegen umgebracht ach so so also einmal holst du das auswählen ich mach jetzt ne richtige führung okay es war nur ein zu guter augenblick ja er kniet nieder wo ist robin ja du kannst meinen Schniedel einmal kurz halten ich seh da so eine bau robin 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 jungs was bringt ihr euch um ey junge lass mal Fabio Fabio chill okay ich lass es ich lass es komm her ich find jetzt den Traitoring für dich sterben geh in dein Land zurück close du stirbst durch reis er trägt rum sind der säule open the door ja ich will ja ich will auch rein hey er fällt du musst ja echt kacke warte leute ich muss man siehtbar werden wir müssen in der säule runter springen ich kaufe mir ein radar randach habe ich das schöne mit die tieflich auch schön viele fallen ich ich hier unten der raum hier da ist es ein traiter falle der geht zu wird damit toxic gefühlt mit toxinen weg die da alle rein will ich das händler spielen jungs verlaufen ich ja gerade was habe ich denn nicht mitbekommen wer ist jetzt alles traiter oder wer ist keiner ich bin keiner alle sind traiter hey wie kommst du da rein digga ich will dich zu killen ja kurze frage wie konnte felix gerade den 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 nein ich war raus genau neben mir wie konnte felix den tod von allen konfirmieren ja wenn alle sterben gewinnen konfirmieren ja konfirmen wie konfirmieren genau wie konnte felix gerade alle konfirmen ja hex hey warum habe ich karma verloren meine leiche lag ja wo ganz anders ach so war ich mir im radar gekauft vielleicht die killer manchmal steht da dran wenn wir den töter tötet den mörder tötet ne das war noch nie so vorhin stehen auch mal dran confirm die death death of someone aber ähm mit da steht halt nicht der ob er innocent war oder so robin wo bist du ich muss dich jetzt mobben komm mal her aber das ist ja wenn du top drückst dann ja also keine ahnung was der gott ist tot wieso schuss wieler detektiv detektiv ich wurde angeschossen wie appell er hat auch zu schließen auf den armen schießt auf mich und ich wollte mich doch die letzte runde rechnen die keks okay wer hat jetzt den hier umgebracht ich nicht das war das war ja da oben warum ich jan hat ihn gerade erschossen achso an wen das gesehen achso robin ja das war ich ehrenlos wenn du mich jetzt ein okay wer war das das war ich ich bin detektiv ich da auch so was so gut wie tot ah ey ey nicht ohne hilfe ohne hilfe ohne hilfe ohne hilfe mithilfe mithilfe wow okay ich hab mal wieder nichts gemacht scheiße leute gut ich glaub die meinten wären ja schnell ey jan ist halt schon wieder auf seinem sport wo er die hat jetzt reinsteckt ich bin mal gestorben ja meinem karma geht's auch wieder gut ist ja mariannebomben jetzt halt alles auseinander ja vielleicht nicht mehr karma wie fahrer was ist das denn hier so ich bin grad in der reha bei mir geht's grad wieder bergauf ein bisschen mit dem karma nein der wachtmann ist tot fuck nein ja also hab ich doch gerade eben gesagt hier sind terroristen in kairo guck mal robin 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 guck mal zu mir robin hinter dir ist robin dumm ja 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 das soll ich nur nicht angucken ich würd den auch nicht also robin ich bin schon wieder detektiv leute oh ne mann Junge du wurenstum bleib doch in dem scheiß Raum drin ich wollte ich toxt ihnen mal wer 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 ich bin proofing warum bin ich grad nach uganda gekommen warte da ist noch eine dive ok fin ich glaube robin hat mich grad mit irgendwas geschlagen warte also fabio ist inno robin ist inno dann ist es noch jan und felix jan und felix ja ich sag ja deswegen bist du inno ich such jan und felix ich bin marianne marianne was ist das denn hier peter hinter mir hat es gerade ne so nicht jungs muss ich mal ganz ehrlich sagen diese ganzen gewalttaten ich bin doch alleine oder ich bin doch alleine oder vor mir ich wusste das jan lebt noch jan lebt noch ach komm oh gott alter das kann noch einmal funktionieren scheiß camper ja 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 ehrenlos finn 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 weißer erwartungshaltung gegenüber jetzt wie funktionieren kann also funktionieren granaten ich habe einen traitor der letzte ist hinter der säule liegt einer wenn ich bin ich bin bei dir ich bin trugen ich habe ach geil machen alle konzern sehr schön ehrenlos wenn man shoppt nicht einfach so um sich muss ich erst umgucken dann darfst du erst shoppen ich habe mich umgeguckt ich bin detective alle leute die sich mir nähern sterben natürlich dass ich selber mit der seule umgebracht deswegen habe ich gewonnen hier stand der detektiv der detektiv stand schon um dieses teil rum genauso wie farbe wie keine andere typen und du kannst dahinter du bist jetzt einziger nicht gestorben gerade weggelaufen bist und du hast das einzige dahinter